Hallo, bei Aldi gibt es immer wieder Wetterstationen im Angebot und ich zeige mal, welche es dauerhaft im Angebot gibt und welche es aktuell noch im Angebot gibt. Jetzt im Februar 2023, also je nachdem wann du das Video schaust, können sich natürlich die Preise und die Angebote verändert haben. Aber unten in der Videobeschreibung mache ich einfach einen Link rein, dann kommst du direkt hier zu dieser Übersichtsseite. Und auch unten in den Kommentaren, also je nachdem was du findest, ob du die Videobeschreibung findest, auf mehr klicken musst du wahrscheinlich oder bei den Kommentaren, da mache ich dann einen Link rein und dann kannst du die ganzen Sachen finden. Also der Link, der sieht dann irgendwie, da steht Tiddly oder so wahrscheinlich oder Bitly, also so ein kürzerer Link, der sieht etwas kryptisch aus, aber das ist damit dann der Link nicht zu lang ist. Und ich schaue mir mal jetzt diese ganzen Wetterstationen an und ich fange einfach bei der teuersten an, diesmal. Aber es gibt natürlich auch hier Wetterstationen ab ca. 23 Euro, die ganz günstigste. Aber hier die teuerste mit WLAN und Farbdisplay und 5 in 1.1 Profisensorpack. Also hier, also das ist ja quasi diese Außenwetterstationen mit Regensensor, mit Windsensor und so weiter, Windrichtung und Thermometer. Das musst du dann irgendwo anbringen und das funkt dann die Daten hier auf dieses schöne Display. Also hier sieht man ja das Paket und hier sieht man, das hat ein schönes Farbdisplay, also einfach abzulesen. Und ja, da hast du dann alle Daten drauf, also da gehe ich jetzt nicht komplett durch, aber hier sieht man auch die Windrichtung und wie sich das Wetter entwickeln wird und so weiter und so fort. Und das ganze Teil hat auch WLAN, das heißt, du kannst deine Daten auch per App abrufen, also App-Unterstützung, Online-Zeitsynchronisation und Firmware-Updates. Also das heißt irgendwie die Firma, du kannst dann vielleicht auch Updates für die Wetterstationen runterladen und du kannst auch deine Wetterdaten online stellen, theoretisch. Also hier sind zwei Beispiele. Ich glaube, Weather Underground, wo ist es? Ja genau, hier lokale Daten der Wetterstation auf Apps wie zum Beispiel Weather Underground und Weather Cloud veröffentlichen. Aber ich glaube, es gibt auch hier eine App-Unterstützung von Bressa selbst. Das heißt, du kannst dann deine Daten, du musst dann nicht unbedingt immer hier auf die Wetterstation schauen, sondern wenn du jetzt morgens im Bett liegst und möchtest deine Wetterdaten anschauen, dann kannst du einfach auf deinem Smartphone nachschauen. Also vorausgesetzt, du hast dein Smartphone am Bett oder so. Also du musst nicht immer auf die Wetterstation schauen oder vielleicht auch morgens im Bad irgendwie kannst du kurz mal drauf gucken. Je nachdem, wann du dann schauen möchtest, kannst du dann sehen, wie das Wetter ist. Oder im Urlaub kannst du sogar gucken, ja, hat es geregnet oder nicht. Und ob du dann deine Bewässerung per Internet irgendwie anschalten sollst oder nicht, kannst du dann alles dann online machen. Ja, und die kostet halt 90 Euro. Wie gesagt, der Preis kann sich jederzeit ändern. Also keine Garantie für die Aktualität der Preise, je nachdem, wann du das Video schaust. Also ich habe Videos online, die sind irgendwie zehn Jahre alt und die werden immer noch irgendwie besucht. Aber wie gesagt, mit meinem Link kommst du sowieso auf die aktuelle Angebotsseite zum Thema Wetterstation von Aldi im Online-Shop. Also es geht hier auch nur um den Online-Shop und nicht um die lokalen Supermärkte von Aldi. Also im lokalen Supermarkt gibt es die Angebote nicht unbedingt. Dann haben wir hier eine kleinere Version, ein bisschen, also für nur 80 Euro ohne WLAN. Aber die hat auch hier diese 5 in 1 Center Beaufort. Also da hast du dann halt auch das Farbdisplay, nicht so ganz so schön farbig, ein bisschen dunkler gehalten. Und ja, aber auch mit Uhrzeit und sieht alles sehr kompliziert aus. Aber da hast du dann halt auch Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windrichtung und Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Also vielleicht für einige auch ganz interessant halt, wenn du kein WLAN brauchst an deiner Wetterstation, dann ist das vielleicht hier auch schon super. Dann gibt es hier im dauerhaft enthältlichen Dauerangebot bei Aldi im Online-Shop. Hier eine LCD-Wetterstation, Wanduhr, MyTime-Jumbo. Hier auch mit Außensensor habe ich nachgeschaut. Sieht man hier auf dem Bild nicht, aber gibt es dann trotzdem. Also hier hast du schön groß die Wanduhr, Uhrzeit, Datum, hier dann so wie sich das Wetter entwickeln wird. Und dann hier die Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsprozente hier. Und das kostet ca. 55 Euro. Und dann haben wir hier, da habe ich schon durchgeklickt, also hier auch eine LCD-Wetter-Wanduhr, Klima-Temp-Schwarz. Und hier siehst du auch schön die große Uhrzeit und dann hier die Luftfeuchtigkeit in Prozent und die Temperaturen in Grad Celsius, beziehungsweise das kannst du auch einstellen. Und hier den Außensensor, der zeigt auch die Temperatur, also da kannst du auch die Temperatur drauf ablesen. Ups, ich glaube das ist ja hier, genau. Und dann haben wir hier noch eine ganz einfache, also hier auch mit der Außensensor, der zeigt dann auch keine Temperatur an. Aber das ist dann hier auf dieser Funk-Wetterstation, also über Funk bekommt die die aktuelle Uhrzeit, glaube ich. Ja, und das sind die Temperatur- und Wetteranzeige, also auch hier der Luftdruck grob gezeigt. Und hier dann die Innen- und Außentemperaturen für knapp 23 Euro. Und das war es auch schon bei den Wetterstationen. Falls dir das Video gefallen hat, lass einfach einen Kommentar da oder ein Like. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren mache ich einfach einen Link rein. Da kommst du dann direkt hier zu den aktuellsten Angeboten und kannst auch die aktuellsten Preise anschauen. Also, viel Spaß mit deiner Wetterstation. Wir spielen hier bei der Videobeschreibung. Wir spielen hier bei der Videobeschreibung. Wir spielen hier bei der Videobeschreibung. Hier ist die Themen, hier imàiuar die Videobeschreibung. Vielen Dank.